Ich muss auch dazu sagen, es ist ein wahnsinniger Respekt, dass ihr dieses Fahrzeug aufgebaut habt, dass ihr das für die Trompeller zur Verfügung gestellt habt, die ganze Werbetrommel gerührt habt. Unwahrscheinlich. Riesengroßer Respekt. Und ich werde definitiv nächstes Jahr wiederkommen und Werbung für euch machen, weil ich finde dieses Treffen sehr, sehr gelungen, sehr organisiert abgelaufen. Klasse Geschichte. Vielen Dank. Ich denke, du wirst hier irgendwo noch rumlaufen. Ihr könnt gerne mit ihm sprechen. Ja, es tut mir leid, aber so passiert es. Wir haben wenigstens noch ein Pokal für dich. Schön, dass du trotzdem vorgefahren bist. So, hier haben wir die zweifweiteste Anreise. Auch schön aus Dresden. So, kommen wir gleich mal weiter. Dann haben wir das Beste auf Schau. Das ist die Stadt Nummer 80. Ich darf bitte vorfahren, die Stadt Nummer 80. Die 5, die 429, die 344, die Stadt Nummer 80. Die 570, die 157, die 266 und die 213. Jetzt wird die Stadt gestiegen, oder? Ja, ja. Da haben wir Stadt Nummer 80. Ja, Stadt Nummer 80. Ja, Stadt Nummer 80. Da kommen auch schon die anderen im Hintergrund. Aber das geht nicht. Das nehmen wir jetzt gerne. Pulling. Kitsch. Kitsch und Sägeräfer. Ich bin noch ein paar Stunden. Ich habe ja noch einen Erdüten. Ich hab noch einen Erdüten. Ja, ich habe noch einen Erdüten. Ich habe mich nicht mehr an den Erdüten. Erdüten. Ja, aber ich habe mich nicht mehr. Ich habe mich nicht mehr. Das ist so gut, wenn du hier bist, bist du? Ich habe immer wieder das Kind durchgeführt, Du bist das Baby? Nein. Das ist das. Du bist so schön. Ich hab das. Du bist so schön. Ich bin, das ist so schön. Du bist so schön. Du bist so schön. Du bist so schön. Wir machen einen Applaus hier, bitte wieder, wie immer. Hier fährt er auch wieder einen großen Applaus und ein großes Lohn für diese Leistung. Eine F-Front und eine E46k Höhe eingebaut. Das ist doch der Abo, der jetzt reicht. Der Scheune wurde vor. Aber... ... ... ... ... ... ... Das ist eine kleine Karte. Es gibt eine kleine Karte. Das ist eine kleine Karte. So, dann können wir jetzt eigentlich weitermachen mit den Siegerfahrzeugen. Da haben wir einmal die Stadtnummer 420. Die Stadtnummer 374. Die Stadtnummer 129. Die Stadtnummer 42. Die Stadtnummer 422. Die Stadtnummer 258. Die Nummer 130. Die 426. Die 419. Und die 354. Die mögen alle bitte mal vorfahren. Die Stadtnummer 420. Die Stadtnummer 424. Die Stadtnummer 420. Wir machen jetzt eine Pause. Auch Applaus, wie immer, für jeden. Stadtnummer? Bitte? Das ist ein Problem. Auch ein bekanntes Auto, M6. Kompressor. Ich denke, in der Szene Querny mittlerweile viele kennen. Hier vorne auch mit unserem V8-Kompressor. Es hört sich nicht nur böse an, es ist auch böse drin. Und ich, vielen Dank, dass du jedes Jahr bei uns bist. Bitte? Da sind wir ja mal gespannt, nächstes Jahr im neuen Outfit. Ja, da sind wir mal gespannt. Aber ich denke, zu überhören bist du nicht. Man munkelt, man munkelt, aber ich denke mal, das Auto hat weit bis mehr als 700 PS. Nichts. Ja, oder? Wenn du sehen, die eine von den 1. Die 211. Die 211. Die 62, die 44, die 298, die 446, die 77, 232, 165, 230. Die Schlange wird länger, die Bukale wird weniger.